einen wunderschönen guten morgen ja es ist schon wieder kurz vor fünf ich habe aber schon alles erledigt ich habe wieder daten auf mein macbook geschoben damit in der pause anfangen kann zu schneiden und total spannend nein aber es ist der letzte tag der woche das finde ich total gut weil ich habe auch keine lust mehr heute muss ich mich noch mal durchwurschteln aber gut wird schon funktionieren heute nachmittag also nach der arbeit werde ich direkt meine söhne abholen ja bin ich mal gespannt was wir so anstellen jetzt am wochenende heute ist laut reihenfolge lauftag und diesmal sind meine klamotten auch trocken jetzt ist nur die frage ist denn die kondition ist die kondition besser geworden also das letzte mal habe ich ja nur eine ganz ganz kleine runde gemacht ich hoffe diesmal wird das besser ich möchte wieder in tritt kommen in kombination mit dem mit der umstellung vom essen wird das wahrscheinlich ich werde einen athletischen körper bekommen nicht wirklich na gut dann wollen wir uns mal auf den weg machen ja angekommen ja zu hause lag so ein kleines bisschen schnee irgendwie sogar auf der straße war ein bisschen rutschig aber unterwegs überhaupt nichts mehr da merkt man halt doch dass ich so ein bisschen ländlicher wohne naja jetzt haben wir 20 vor ich bin super durchgekommen jetzt gleich gehe ich rein ziehe mich um und dann die letzte runde vor dem wochenende ich bin echt froh nach diesen weihnachten und silvester wo man ja sag ich mal nicht wirklich früh aufstehen musste in die frühschicht zu gehen ist schon hart hatte frankie gestern auch in die kommentare geschrieben er hatte dasselbe naja gut dann wollen wir mal sehen uns später soll ich ein bisschen neidisch machen ich habe jetzt wochenende ja ich weiß es gemein aber es ist so ja ich war jetzt heim und dann werde ich erstmal die jungs einsammeln und halten wir noch mal kurz am supermarkt und werden noch ein bisschen hähnchenfleisch nachholen weil ich mache heute das fried chicken habe ich zumindest vor und ja da brauche ich noch nachschub sonst ist zu wenig für die jungs und mich habe ich irgendwie gar nicht geplant als ich einkaufen war aber kriegen wir hin also erst mal los so liebe freunde wir waren noch schnell einkaufen haben noch hähnchen nachgeholt damit ich dann nachher das fried chicken machen kann jetzt vorher gibt es allerdings erst mal wieder mitgebrachtes essen ja chili lecker lecker und naja dann mal gucken was der tag noch so alles bringt ich wollte laufen aber es ist kalt und nass mal sehen ob ich mich zu überwinden kann oder ob ich es wieder ausfallen lassen ich bin noch nicht wirklich so wieder im trott aber naja jetzt erst mal chili und dann muss ich mir langsam überlegen wie ich nachher dieses fried chicken denn überhaupt machen eventuell muss ich noch mal was einkaufen gehen für dabei zu essen aber wird sich zeigen ja ich habe das chili aufgegessen und ich hatte noch bodensuppe im kühlschrank das hat einer meiner söhne gegessen der andere hatte noch keinen hunger jetzt sind beide ausgeflogen der eine zum kumpel filmabend der andere ist zu einem freund übernachten das heißt im moment bin ich ganz allein und ich werde die zeit jetzt nutzen und ein nickerchen machen weil ich irgendwie total müde bin deshalb bin ich auch nicht gelaufen ich habe mir jetzt schon irgendwie so einen warmen kuscheligen pulli angezogen und habe schon schlafanzughose an ich werde mich jetzt hier so ein bisschen auf der couch ausbreiten und dann ja wenn dann der große wieder nach hause kommt vom filmabend mal gucken was ich mit ihm da noch mache aber erstmal nicht viel das laufen habe ich auf morgen verschoben ich hatte jetzt irgendwie keinen bock mit stirnlampe laufen zu gehen deshalb gesagt okay machst du morgen wenn du keinen keine lampe brauchst kalt und nass ist es dann wahrscheinlich auch aber das lässt sich halt zu der jahreszeit nicht ändern also morgen warum nicht einfach mal was auf morgen verschieben kann man machen finde ich na gut jetzt erst mal nickerchen ja also kurze zusammenfassung was alles passiert ist bei mir ich habe geschlafen war super und danach habe ich mir the arrival angeguckt das war neulich beim crew cast beim ja beim podcast von der crew sagen wir es mal so haben sie von dem film erzählt und blablabla und habe ich gesagt naja der ist auf netflix gucke ich mir mal an und ich muss sagen der war schon sehr sehr geil also ein ganz ruhiger film und ich mag so diese denkansätze dass zeit nicht überall linear ist und so es ist schon sehr krass also ein guter film kann man so sagen ja ansonsten ist nicht viel passiert weil ich habe halt vorher geschlafen das tat mir sehr gut hat den vorteil ich bin jetzt relativ fit naja mal gucken ich werde mir bestimmt noch irgendwas anschauen bestimmt gut jetzt ist es richtig spät und ich hatte noch einen film geguckt wie ist denn der die vorsehung genau mit anthony hopkins ich glaube ja er war richtig gut ja also es war ein toller filmer abend heute mal jetzt geht es aber ins bett weil morgen will ich relativ bei zeiten aufstehen ja uwe hat den käfig wieder erklommen morgen will ich mich bei zeiten aufstehen um ja alles zu erledigen was ich mal erledigen will also laufen waschmaschine anmachen und vielleicht mal wieder irgendwie draußen was machen damit sich auch mal wieder ein paar schöne aufnahmen hier reinmischen ich finde es ja schon beim schneiden fast langweilig aber naja wir werden sehen wie das sich morgen gestalten wird wetterabhängig würde ich mal sagen na gut also ich sage gute nacht bis morgen ciao und und ein und ich 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 ich